moin moin ein zwei worte von mir immer zu diesem sammelbuch oder auch polaroid fotoalbum je nach dem wofür man es nutzen möchte es ist ausgeschrieben als polaroid mäppchen ich selber habe es mir aber bestellt um dort sammelkarten unterzubringen das ist erstmal das gute stück hat so leicht künstlichen lederbezug hat eine kleine schnalle hier die das ganze zusammenhält und ansonsten ist das in sich alles geschlossen so ich denke das kann man ganz gut sehen obendrein kommt es noch mit so kleinen beilagen also wir können hier noch diese sachen nutzen also ein filmskin wenn man es denn möchte und dann habe ich hier noch so kleine dekoelemente für mich nicht weiter interessant aber sind dabei vielleicht für den ein oder anderen argument ich habe dass ich nur diesen ordner haben wollen weil die ordner für sammelkarten aktuell ziemlich teuer sind und ich finde das eine gute alternative die genau das gleiche macht und zwar haben wir nämlich hier die hüllen und die sind eben so geschnitten dass man sich von der seite einschiebt also für sammelkarten optimal weil nichts von oben rein geht wenn ich eine kleine folie um eine karte macht kann ich sie einfach hier reinschieben und das ist auf allen seiten so das ist also oben in sich geschlossen das heißt die karten werden optimal geschützt das war erstmal eine ganz schöne sache und ich habe hier mal ein beispiel wir nehmen es hier einfach mal so eine karte und dann können wir die eben hier einfach so reinsliden und dann hänge ich hier fest sitzt das alles ganz solide hier drin und man kann da gar nicht so viel falsch machen wir können hier einfach mal noch eine einschieben so ich habe da nämlich noch nichts einsortiert aber das kommt dann noch aber man sieht halt ganz gut besonders bei pokémon karten das funktioniert wunderbar und wenn wir jetzt noch vorher einen sleeve drum haben dann ist das alles gut verpackt und sicher und ich finde da kann man dann gar nicht so viel falsch machen und bin mehr als glücklich mit dieser möglichkeit weil einfach die normalen ordner mittlerweile echt recht ja moderate preise aufweisen und ich da dann doch lieber ein bisschen etwas kosteneffizienter unterwegs bin und ich finde dass das sich durchaus sehen lassen kann um eigentlich keinen unterschied zu sehen ist außer dass eben hier kein extra print drauf ist aber das muss meiner meinung nach auch nicht der fall sein und hier passt ordentlich was rein das ist auch solide alles darauf verarbeitet also dementsprechend ein ganz schönes produkt und ich kann es nur empfehlen